nicht ganz so lang also der kultus trotzdem bauen da kommen dass jeder gut aus cool ja hier bräuchten auch noch aber das mache ich dann selbst denn alleine dann irgendwann so dann haben wir hier einmal bus dann lassen wir den bus ist eine richtige straße das war die schiene also der fährt ja hier lang genau der fährt ja denn über samtens wir lassen ihn erstmal nach putbus fahren und da würde ich sagen baue ich den auch hier hin da brauche ich aber auch so einen großen busbahnhof jetzt sind am besten mache ich dann den busbahnhof immer so groß damit man damit das dann wenn du der busbahnhof nur für die dafür die busse das wollte ich gerade sagen naja ich weiß schon was ich mein obwohl da oben wird es besser sein naja es gefällt mir alles nicht naja hier mit dem bahnhof nicht mehr zu tun müssen wahrscheinlich hier an klemmen ja ich würde sagen ich baue ihn so dass er daran geht also dort weg einmal kurz planieren bd ja komm mal so so lassen wir das dann kann das haus wenigstens stehen bleiben machen wir wieder ein bisschen so so das heißt nicht putbus abzweig das heißt bus bus busbahn quatsch doch okay dann bergen werden transfer hätte auch in gekonnt aber die machen so werden busbahnhof ja ist der hier eigentlich machen wir bäden bf so gut so oder wenn wir mal ein schön das werde ich mal wieder fahren lassen und jetzt werde ich mal ein bus kaufen und schön mir erst mal eine neue strecke ich weiß mal gucken ich habe so viele linien hier die eigentlich alle gar nicht funktionieren die müsste ich alle mal nach gut aus so dass die ganzen ok der funktionierende rolle neue linie das nennen wir bus wegen ich mach mal bis lauterbach wegen lauterbach dann mache ich in lauterbach auch ein und dann kann er da wegen lauterbach so erstmal von hier nach brotbus oder weiß erwartet ich brauche in lauterbach auch gleich busbahnhof hin sie ist der ding könnte ich denn genau hier reinsetzen eigentlich dann könnte man das hier das werde ich auch tun und beutet alles wieder weg hier ich weiß gar nicht eigentlich das mit denen das mit den privaten straßen das funktioniert auch alles irgendwie nicht was kann ich ob das hier eine private straße jetzt hier ist naja so busbahnhof da machen wir den busbahnhof da unten hin das sieht auch scheiße aus ok wir machen alles ich brauche die straße hier weg dann machen wir das nicht so rund sondern doch eher eckig machen wir das mal ein stückchen so gerade hoch ich mache so ein bisschen länger jetzt baut er schon wieder da was hin so gehen wir da schön gerade ran du gehst dann auch schön ran hier dich können wir erstmal wieder löschen so gebäude busbahnhof noch ein bisschen dichter so und du bist dann lauterbach busbahnhof so dann suchen wir mal schnell nochmal die linie raus sagen hinzufügen lauterbach und zurück könnte er dann theoretisch wieder in put bus noch mal ran damit er nicht genau so dann ab nach begen dann kaufen wir jetzt einen schönen bus welchen nehmen wir denn da nehmen wir den hier großen johne der nimmt 2,17 leute mit der fährt auch 90 der fährt ja wo 70 ach du scheiße 83 100 den nehmen wir ah der sieht mir zu ne der gefällt mir nicht obwohl der hat auch 100 hier volvo der hat 17 passagiere der hat 19 kommen wir nehmen den hier so und den setzen wir auf bus bergen lauterbach so und dann gucken wir immer zu einmal eine ganz kurze strecke wenigstens ja das finde ich immer geil so und gleich wieder auf volle pulle damit der wagen auch schön heil bleibt das ist ein russenbus ne russen kann sein wo fährt denn der jetzt hin wieso fährt er nicht nach bergen als erstes das ist doch der richtige nein quatsch bergen bergen portbus lauterbach portbus bergen egal so ich gehe mal schneller und gehen mal in die frontansicht und dann fahren wir mal eine runde mit dann da muss ich den rasen noch weg machen habe ich gerade gesehen ich meine ich müsste er jetzt hier abfahren oder ja geil und jetzt fährt er nach rechts richtig geil genau so gehört sich das eigentlich müsste er jetzt an die garten die gatsch ist ja woanders das wäre ja samtens genau jetzt ganz viel verkehr unterwegs muss ich sagen bleibt da bei euch auch ab und zu mal stehen oder ist das jetzt nur bei mir ich verstehe da man nicht warum der immer ab und zu mal stehen bleibt ok die strecke ist mir jetzt ein bisschen zu lang zu gerade also zu lange zu gerade hier muss ich die ganzen brocken und weg machen so jetzt sind wir ja ein ganz genau da muss ich die häuser noch anschließen bevor die warnung und dauernd kommt und wir sind in portbus ja wegen busbahnhof gucke ich nochmal vielleicht finde ich auch noch einen schöneren obwohl naja wohl das geht eigentlich so schlägt sie da gar nicht aus würde ich sagen einen gar keine da will obwohl es ja gar nicht in bambule hier was hier los ist bestimmt urlaubsaison also urlaubsaison ist ja hier oben immer alles zugeschissen bis zum geht nicht mehr also ich hasse das im sommer auf rügen zu arbeiten weil die urlauber die dann hierher kommen dann hat man das gefühl hat wenn die noch nie einen baum gesehen haben weil die an jedem größeren wald immer schön langsam durchfahren und man längst rechts gucken sieht man wie die köpfe links und rechts gehen dass wir noch nie einen baum gesehen haben ich bin mal so frech und sagt das mal so ja wieso ist die straße so klein gefällt mir nicht da muss eine größere straße hin ach hier brauchen sich wieder alles zu sieht hat links dass der parkplatz eigentlich man auch hier stehen aber welche ok die wollen alle von norderbach weg ja hier braucht dann links noch eine schöne noch einen schönen zaun oder ein wald oder eine hecke ich glaube eine hecke karte hinbauen da brauchen schöne hecke hin gut wie lassen wir lassen ihn einmal durchfahren deswegen kommt dort tun wir uns mal an damit hat neue gebaut ich bin aber schnell gebaut ich weiß nicht warum er immer diese kleinen straßen denn warum kann er nicht die großen nehmen also die hier die normalen mit bürgersteiger und so so er ist ja gleich in erster gleichen wegen die weg auch dann nimmt die nächste noch ein zug fahren lassen von bergen nach nach lauterbach so jetzt fährt danach genau unterwegs nach bergenbos oder deutsch jetzt ja 13 leute immerhin wo hier oben ist eine flugwerbung ich weiß gar nicht ob das besser ist wenn man mit ampeln oder ohne ampeln ich habe manchmal das gefühl dass es ohne ampeln manchmal schneller geht da müssen wir mal kicken hat diese brocken überall ich muss unbedingt mal den radicum oder die gegend schwingen wenn man so guckt über all die ganzen weißen punkte meine güte diese ganzen steine da hätten sicher bergen schon das ist ja das ist ja samtens das war gar nicht bergen oder überlegen doch das ist samtens das haben wir jetzt auf die auf den autobahn zu bringen ja drauf genau da hinten kommt der bergen ist ist hier viel bambule die ganzen autos die alle nach straße und 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 bägen quatsch nach nach alte fähre und so fahren genau hier lassen wir den zug lang fahren ja mal gucken ob ich ja ich glaube ich muss hier von straße und fahren lassen von hier fährt glaube ich gar keine ich habe ich habe hier gar kein weil ich will jetzt die alles mit mit sucht die post zu bauen deswegen habe ich mir gedacht ich werde nur einen straßen setzen und dann muss aber halt eben wenn wir hierher fahren dann naja siehste ich glaube ich muss hier mehr mehr fahren lassen kann dann sein wo will der hin ach der will hier hin ein bus fährt hier bloß oha richtig kommt dann machen natürlich ein auf klo nummer und söhne ich weiß gar nicht für der automatik ja da wird automatisch los ok aber ich glaube ich lass einmal den bus so um einmal so umfahren oder war da waren wir nicht so hier in bergen ich glaube nicht halt ich muss der war ja glaube ich schon gut was mache ich jetzt als nächstes ach so ich würde gern ein zug von bergen nach lauterbach fahren lassen aber das muss ich dann leider auf straße machen eine neue linie die nenne ich denn es war wegen hoops lauterbach jetzt war ich gerade oben das kann ich wieder zurückgehen in die erstes hier unten es bahn bergen lauterbach von bergen ne quatsch nicht an lauterbach hier fährt er wusste hier lasse ich muss die bimmelbahn hinfahren also muss ich dort oben ändern ich lasse ich muss bis hierhin fahren bergen putbus nenne ich das ding dann bloß putbus so bergen putbus so hier fährt er ja hier kann er ja nur auf dieses eine gleis der andere fährt er glaube ich hier rein naja und in bägen da kann er ja auch was hinein so jetzt muss ich hier irgendwie herkriegen ich muss mal gucken hier fahren auch so viele von alter fair nach strahl und wir brauchen eigentlich nicht obwohl dem würde ich eigentlich nicht ein wenig erfahren lassen ich würde dann schon ein fahren lassen sich nach kreiswald fahren lasse ich in den roten ich habe jetzt die nummer nicht im kopf die idee also so ein wo ist denn der nacht kreiswald na nun na nun hier ist das erst mal in bergen hier ist er genau den meine ich zudem werde ich mal klo aber jetzt werde wahrscheinlich rummeckern dass er nicht hinfahren das ist naja da muss ich ihn erst mal auf die linie schicken erst beim bägen warum fährt er nicht weiter hm was das war eine elektrische elektrisiert hat doch alles so hier ist alles ach denn ist wahrscheinlich doch herr bägen hat auch alles elektro ich habe doch gerade eine andere andere jetzt habe ich einen anderen zucht losgeschickt dahin ich muss mal gucken ob das schon einer fährt jetzt bergen putbus naja da fährt schon eine siste so für das ist der hier oben doch dann ist das doch der nee war doch mal alter du sollst doch jetzt fahren s bahn straße und bergen so jetzt wird er weiter genau bis er erstmal in bergen ist und dann lasse ich ihn genau und dann lasse ich ihn ja es war ein bisschen kompliziert aber geht mir auch und ja gut ich hätte ihn auch naja ist egal theoretisch brauchen jetzt wurde auch die strecke fahren lassen hier und sobald er hier drauf ist wenn er jetzt hier gleich vorbei ist langsamer noch einmal stoppen wie die und jetzt lasse ich ihn auf der strecke wirst du das jetzt für nämlich dahin super genau so wollte ich das ich hoffe dass er darüber fährt auf das andere bahn gleis habe ich ihn ja zu früh gestoppt so wir testen ja genau rechts rüber nach der folgen hier kann auch nie war also man hat eine güter verdienten guter zuvor rang kann ja ohne war sein und gehen mal gas hier und hätten kommt noch eine angeschissen also das ist der stahl der zum der zur werft gefahren ist der stahl transport und das ist der stahl den weg und absolut kommt noch Nummer und der ist das vor 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 vor